Mein Name ist Martina Kern, ich bin Krankenschwester und arbeite seit 1988 im Bereich der Palliativmedizin. Mich hat überrascht die große Freude von Menschen, sich hier wiederzusehen, sich wirklich wieder in Präsenz zu begegnen. Und die Kraft, die davon ausgeht, die so uns alle, glaube ich, trägt in dieser Bewegung, dass wir wirklich von der Beziehung leben. Und dies nochmal so unmittelbar gespiegelt zu bekommen, hat mich wirklich sehr freudig überrascht. Ja, ich vermisse wirklich die Menschen, die jetzt akut krank geworden sind und die traurig von zu Hause geguckt haben oder gar nicht gucken konnten. Und ja, da merke ich, das fehlt mir und die vermisse ich. Ja, in der Bildung ist es im Moment eine Situation, wo wir wirklich hart am Wind segeln. Die personellen Ressourcen sind knapp, Bildung braucht Zeit. Und die Frage ist, wie kriegen wir das effizient hin, ohne das Wesentliche zu verlieren, zu vermissen. Uns wird eine große Aufgabe sein, immer wieder zu schauen, wie kann der digitale Anteil in der Lehre sein und wie viel brauchen wir einfach in Präsenz, damit wir in Resonanz kommen und in Beziehung bleiben. Auch wenn es teurer ist und aufwendiger. Und das ist, wenn wir in Resonanz kommen, wenn wir in Resonanz kommen, können wir in Resonanz kommen und in Resonanz kommen.